Dann mach du, weil du hast, glaube ich, ja. Wir brauchen hier länger, um zu bestimmen, wer anfängt, als die ganze Folie dauert. Willkommen bei Easy Immunology. Jetzt hast du drauf geguckt. Ja, natürlich, ich habe drauf geguckt. Willkommen bei Easy Immunology. Ich bin die Alex. Ich bin der Stefan und heute wollen wir uns im zweiten Video zu Typ-3-Allergien ansehen, wie systemische Typ-3-Reaktionen entstehen. Wie wir euch in unserem Übersichtsvideo schon erklärt haben, gibt es vier verschiedene Arten von Hypersensitivitätsreaktionen, einsortiert von Kuhns und Gell. Zu der Typ-3-Reaktion zählen die IgG-vermittelten Hypersensitivitätsreaktionen, die quasi anlösliche, also in Flüssigkeit vorliegende Antigene binden und dadurch Immunkomplexe ausbilden, wie zum Beispiel die Serumerkrankung. Bei den Typ-3-Reaktionen unterscheiden wir in zwei Arten. Das haben wir im letzten Video auch schon mal gesagt. Es gibt eben die lokalen, wo sich die allergische Entzündung dann auf einen Teil unseres Körpers begrenzt. Und es gibt eben die systemischen, wo der ganze Körper betroffen ist. Und das letzte Mal haben wir über die lokalen Reaktionen schon geredet und heute wollen wir eben über die systemischen reden. Wo treten die auf, die systemischen Reaktionen? Da können wir im Prinzip zwei Fälle unterscheiden. Das eine ist nach Gabe bestimmter Medikamente. Da gibt es zum Beispiel Remicade. Das ist ein Antikörper gegen den Tumor-Nekrose-Faktor Alpha. Und Tumor-Nekrose-Faktor Alpha ist ein Protein, das zum Beispiel bei Patienten mit Rheumato- oder Arthritis zu viel produziert wird. Und deswegen hat man da vor ein paar Jahren eben Antikörper entwickelt, die dieses TNF-Alpha eben neutralisieren. Und diese Antikörper waren so in der ersten, zweiten Generation eben keine menschlichen Antikörper, sondern die wurden aus Mäusen zum Beispiel gewonnen. Und die können das Immunsystem aktivieren. Wie das funktioniert, erklärt euch gleich die Alex. Und ich zeige euch noch den zweiten Fall. Das ist nämlich nach Biss oder Injektion von Giften, von zum Beispiel Schlangen, Skorpionen, Spinnen oder auch Zentipäden. Das sind so große Hundertfüße, die durchaus schon so lang werden können. Und das muss höllisch wehtun, wenn die einen beißen. Und was die eben machen, ist euch eben Gift injizieren. Und was da passiert, immunologisch erklärt euch jetzt die Alex. Genau. Die Serum-Erkrankung wird nämlich nicht ausgelöst durch das Gift, was wir injiziert bekommen von dem jeweiligen giftigen Tier, sondern durch Antikörperkomplexe. Wenn wir uns das jetzt über den Zeitverlauf anschauen, dann haben wir am Anfang erstmal eine sehr hohe Menge von dem eingespritzten, also zum Beispiel durch den Schlangengift eingespritzten Giftstoffs. Den Giftstoff nennen wir Toxin. Was wir jetzt bekommen, um quasi nicht an dem Gift zu sterben, ist ein Antiserum. Das wird häufig gewonnen aus zum Beispiel Pferden, weil die sehr viel Blut haben. Die werden vorher mit kleinen Mengen des Antigens, also mit dem Toxin, immunisiert und entwickeln daraufhin Antikörper, die wir dann als Antiserum verwenden können. Da das aber Pferde-Antikörper sind, die jetzt das Toxin binden und dadurch die Menge an Toxin in unserem Blut senken, werden die natürlich auch abgebaut. Aber gleichzeitig gibt es auch eine Immunreaktion unserer Antikörper. Einmal gegen das Toxin, aber auch gegen die fremden Antikörper vom Pferd, in meinem Beispiel. Und was jetzt passiert ist, dass unsere eigenen Antikörper gegen die Pferde-Antikörper binden und es einen sogenannten Antikörperkomplex gibt. Und diese Antikörperkomplexe, die lösen eine Entzündungsreaktion aus, die einmal systemisch sein kann, also zum Beispiel Fieber, Blutdruckabfall, Arthritis kann ausgelöst werden oder auch die Nieren können geschädigt werden. Und dabei sieht man quasi auch am ganzen Körper diese Entzündungsreaktion. Also man würde sie quasi auf inneren Organen sehen, man würde sie auf der Hautoberfläche sehen und so weiter. Und da man relativ genau weiß, wann diese Serumskrankheit kommt, das ist auch die Krankheit des 14. Tages genannt, weiß man dann, wann man die PatientInnen ins Krankenhaus schicken muss, damit quasi diese furchtbaren oder unangenehmen Entzündungsreaktionen des ganzen Körpers abgefangen werden können. Ja, also das passiert eben an Tag 14 normalerweise, so ungefähr. Dann könnte man an Tag 12, 13 könnte man ins Krankenhaus kommen, bekommt dann eventuell eine Blutwäsche, um die Antikörper loszuwerden oder entzündungsunterdrückende Medikamente, um eben die Entzündung zu verhindern, um die Niere zu schonen, um die Gelenke zu schonen und dann pickt man das ganz gut in den Griff, zum Beispiel. Und bei den Antikörpern gegen das TNF-Alpha, das wir eben erklärt haben, passiert eben genau das Gleiche. Da sind die Antikörper nicht aus dem Pferd, sondern aus der Maus. Die neutralisieren zwar auch das TNF-Alpha und helfen uns da gegen die Arthritis, aber es entstehen auch wieder diese Antigen-Antikörper-Komplexe. Deswegen ist man in neueren Generationen diese Antikörper eben dazu übergegangen, mit gentechnischen Methoden eben den Anteil von Maus-Sequenzen da rauszunehmen, sodass das eben menschliche Antikörper sind, die diese Reaktionen eben nicht mehr verursachen. Wenn man jetzt statt diesen Pferde-Antikörpern oder den Maus-Antikörpern menschliche Antikörper bekommen würde, zum Beispiel, weil eine bestimmte giftige Art von Tieren üblich ist in der Kultur oder in dem Umfeld, dann würde man quasi gegen diese anderen menschlichen Antikörper keine Immunreaktion und dadurch auch keine Serum-Erkrankung ausgelösen in seinem Körper. Ja, früher gab es Menschen oder mehr Menschen, die gebissen wurden, aus denen man diese Serien dann auch gewinnen konnte, aber heute, aufgrund der verringerten Verbreitung dieser Tiere, gibt es nicht mehr genug Menschen und da wir diesen Tieren immer weiter den Lebensraum wegnehmen, kommen wir auch immer mehr in Kontakt eben mit diesen Tieren und deswegen nimmt das jetzt zu und deswegen brauchen wir eben diese Antiserien, die zum Beispiel aus Pferden gewonnen werden. Ja. Damit sind wir durch für heute, wir hoffen, ihr habt was gelernt über systemische Typ-3-Reaktionen, wir danken euch fürs Zuschauen, wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Wird gar nicht mehr nötig, ich kann einfach die ganze Folge alleine halten und er geht. Na dann, komme ich nochmal dazu. Dankeschön. Ausnahmsweise. Ja, Alex ist irgendwie sehr geil auf Typ-3-Reaktionen, ich weiß nicht mehr. Irgendwas ist da schiefgegangen in der Allergieentwicklung. Hahaha. 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 Wo давdienst eine Aufnahmsweise. Für glaube ich ganz ehrlich irgendwie heal pero ist jetzt etwas was ich will nur auf 디자 sappchen. Soo hier Pues Fuhren. Sch달� Eliot